Jeder von uns weiß, was seine Fehler sind und was seine Stärken sind. Aber wenn man das nicht anspricht und einfach nur verschweigt, dann denkt derjenige sich auch, oh, warum schweigen die anderen jetzt? Okay, mein Bildschirm ist schwarz. Ah, ne, jetzt. Okay. Okay, alle bereit? Ah, irgendwie hat mich wieder bei CSGO eingeladen. Ja, das muss man schon stopsen. Na, ohne Spaß. Nee, der lädt mich jetzt nochmal ein, ne? Da fängt Pascal schon an zu notieren, bestimmt. Hey, don't... Oh, ne, ne, so ein Tief. Jo, wie kann man so eine Fratzen haben? Das geht gar nicht. Okay, kommt auf Hellblau. Das sind immer die Gamefaces. Was ist das? Nö. Na? Simon. Das sollte Spitzkopf. Ja, ich hab gedacht, der war gespeichert. Komischerweise war das nahe passen. Ja, der hat mich, der hat mich geschubst. Sorry. Okay. 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 Um schön. Das ist der FC Newgramer, ne? Ne, das ist... New York Replay. Achso, ja genau, New York Replay. Das ist der Verein, der weit oben mit spielt. Wer mit spielt? Die spielen, die sind Erster. Ja, die sind Erster. Die haben 5 zu 0 gegen Insinity gewonnen. Die wir 0 zu 0 gespielt haben. Die Ersten. Gesundheit. Was? Kein Foul. Mit der hellblau. Grün eventuell. Ne, ich mach hellblau. Oh, der hebt mich. Ja, aber... Hoch zur Pfosten, hoch. 3, 2, 1. Gerade. Oh man, oh man, oh man. Ähm... Äh... Ah... Ja, das ist ein Faul für mich natürlich. Da kaputt. Ja, muss mal sagen. Jo, ich fordere nicht euch. Nein, wenn ich da hätte spielen können. Mann... Mann... Und weg! Oh... Die sind mir ziemlich viel inzwischen, unsere Mittelfeld und unsere Abwehr. Stark. Oder sollte er nicht hin. Sollte eigentlich zu... Adrios. Aber... Adrios stand genau neben dir. Ja, das hab ich gemerkt. Deswegen... Wurde ich mich, warum ich da grad so hart gefailt hab. Ah, man... Uff... Ah... 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 Er ist gekommen. Ah... Ah... L Besuch er... Unw당히 λunta... Ich hätte es doch mal wieder in der Federpfiff geben können. Ja nicht so, dass wir schon 2 im letzten sind. Oder mir wäre es auch recht, wenn ich da einfach hätte an Ball kommen können und ein Tor schließen können. Dann wäre er auch recht gewesen. Danke Simon. Schade. Ja ich wollte gerade sagen, dann nehme ich mich hier oben. Ich bin 3, 2, 1. Kommt. Matthäus, links, links, ich nehme den. Den habe ich. Okay 0 zu 0. Oh die Kopfballchance. Ohne Spaß. Ärgert mich. 60% hatten wir Ballbesitz, krass. Ja wir haben gut gedrückt. Ich meine das sind die ersten also von daher bin ich zufrieden. Ich bin vom Ballbesitz ziemlich überrascht, weil wir hatten in allen sonst immer nie gegen so eine Teams viel Ballbesitz. Immer so mit 38% oder so. Ich glaube die machen gerade. Ich glaube die machen gerade 38% oder so. Das ist das beste Spiel, aber das könnten wir nutzen. Oh. Oh Alter mein Zimmer ist richtig sauerstoffarm. Ich muss gleich mal nach dem Spiel das Fenster aufmachen, wenn ich hier ein bisschen Sauerstoff rein bekomme. Das ist richtig uncool. Dann gehts los wenn er erstmal Sauerstoff hat. Ah man der sollte eigentlich noch weiter rüber. Ich musste da Y machen weil ansonsten. Nach dem Spiel erstmal Nikotin. Das ist jetzt erst unser drittes ne? Oder? Oder viertes schon? Drittes. Drittes. Oh stark gehalten. Oh. Ja wohl. Dings. Oder? Ruhe rein. Ruhe rein. Ah schade. und weg damit das war ein bisschen unnötig hallo ja dumm guten Abend hallo macht ihr dann ein paar Spiele oder was wir sind gerade im Pokal kannst aber mitspielen kurz die Ruhe bewahren Konzentration kein Problem komm warte das hast du das hast du das war stark gespielt na okay geht nicht ja hab ich schon direkt gedrückt eigentlich aber ja gehen die Tats 2 direkt dran das ist halt mega schwer hier schnell weiter zu spielen ok mach nicht schnell jaja aber ich mach den noch nicht wer macht den denn? Johnny ok das ist nicht meine Position war einer vor die Mauer pep kommt aber auch so lange von weit so lange so lange? ja linke jetzt kommt er von alleine komm komm nein oh ärgerlich ärgerlich der kommt weit ah Torwachs aha ja 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 ich ja ja ich wollte eigentlich auch schießen direkt ja wenn da so viele zwei stück direkt gegen dich rennen alles riskieren nur dass man keinen Schuss macht ja ja also Räume kriegt man ja eigentlich gar nicht ja aber die machen es irgendwie auch nicht sonderlich stark ne ich glaube auch also die haben 5-0 gewonnen und da dachte ich boah die müssen stark sein ach scheiß vielleicht spielen sie gerade einfach nur schlecht oder vielleicht hat ne ne die haben ja gegen den die wir 9-0 gespielt haben vielleicht haben wir halt einfach mega viel Verteidigungsglück und weiß ich nicht was oder ne weiß ich nicht wir haben Adrios ja schön schade ah man schön gott ich komm jawohl ja ja wie geil war das das Alter das war wunderschön so sieht das aus ohhhh zwei Ballkontakte höchstens oder auch direkt spielen und dann unser Gegner ne ist der Gegner ist schon bereit aber YOLO alter ohhhh schön schön gespielt ja vielleicht machen die jetzt hinten nochmal auf vielleicht passiert sowas nochmal ja ah ok das nicht mehr ja gerade war rechts ziemlich offen aber es war psychologisch wichtig ja du immer mit deinem Mikro immer in deinem Mund wenn du redest ja psychologisch egal ok ruhig spielen schön bei Paul übersetzt wir dürfen ruhig ab der 85. auf Zeit spielen ne das verbiete ich Kai ja aber dabei nicht stutrig werden und bam mach ich mach ich bam 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 neiiiin war abseits war abseits oh nein ok kommt weiter konzentrieren nachsetzen der haut ihn durch der haut ihn durch Arthus nimmt du den Hitter ja passt auf der haut dann eventuell wie gesagt durch der haut jetzt nach hinten nach hinten nach hinten nach hinten nach hinten da konnte ich nichts machen neiiiin da stand ganz allein neiiiin das gibt es nicht dann machen wir die Führung mal wieder und echt ärgerlich egal weiterspielen wir können nochmal in Führung gehen nicht so ey wow 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 oh Gott wow sorry der konnte dich nicht mehr halbieren ich dachte halt nicht dass du den mir aus 2m da anspielst ich hab auch voll aufgeladen der sollte eigentlich weiter zurück ok boah sorry da kann ich nichts halten reißen das wollte ich nicht eher gar nicht ah der sollte da auch grad nicht hin egal wenigstens haben wir erfahrungen ne aber da hat man auch die Qualität von denen gesehen ja der Stürmer da gerade ich hab die Abotur so aufgedreht und dann plötzlich so schnell gespielt das zweite Tor von dem Stürmer war krass wenn der schwächer geschossen wenn der schwächer geschossen wenn der schwächer geschossen gewesen wäre hätte ich den gehabt aber war ein strahl wenn der Stürmer passiert Lucky Punch vielleicht noch auf Kommt falsch na okay der sollte weiter kommen na ja vorher abgefressen was was das für eine scheiße er kommt mir tag den 2-2 halb den mal ist er richtig und jetzt machen wir nicht machen da habe ich ja noch nie gesehen er kommt fragt mal vielleicht machen sie es vielleicht sind so kompetent kenne den griff des reis wo mal mit alter wirklich ist gemein richtig schießt da gehen wir noch schnell das fenster aufmachen